Ja, da habe ich letztens diese Videokonferenz gesehen. Da habe ich letztens diese Videokonferenz gesehen. Ja, Snoopy Dogg, der guckt meinen Kanal schon eine ganze Weile. Und Mark Zuckerberg hat sich jetzt gerade angemeldet bzw. meinen Kanal abonniert. Naja, natürlich nie. Das Gespräch hat zwischen den beiden so nie stattgefunden. Und auch Joe Biden in einer jüngeren Version. Und Elon Musk haben natürlich nichts zu meinem Kanal gesagt. Ich will aber jetzt hier nicht behaupten, dass die da nie mal reingeguckt haben oder so. Weil ich höre ja auch ab und zu mal Snoopy Dogg, die Musik von dem. Ne, ich will jetzt eigentlich bloß mal zeigen, wie einfach das ist, anderen Leuten zu sagen, was die sagen sollen. Und die sagen das. Ja, ich habe jetzt die künstliche Intelligenz von Infinity AI getestet. Hier kann man ganz gut experimentieren und einfach eingeben, was die betreffende Person dann sagen soll. Und sieht ziemlich echt aus, finde ich. Ihr müsst euch dort anmelden bei Infinity AI. Über Facebook oder Google. Und da gab es noch was Drittes, glaube ich. Kann ich jetzt nicht sagen. Und dann könnt ihr dort sofort losbasteln. Ihr bekommt zur Anmeldung 250 Credits geschenkt. Und für diesen kleinen Versuch hier habe ich 22 oder 28 erst verbraucht. Also kann man schon eine ganze Menge rumspielen damit. Wie man dann neue Kredits kommt oder so oder ob es da automatisch ab und zu mal welche gibt, kann ich nicht sagen. Ich denke mal, später wird es da dann auch mal was kosten, dieser Dienst. Und habe ich aber jetzt keine Infos weitergefunden. Ich habe aber jetzt auch nicht weiter danach gesucht. Ich wollte eigentlich bloß mal schnell probieren. Und euch zeigen, dass ihr nie alles glauben sollt, was ihr im Video seht. So lange, ciao. Bitte abonniert Koernis Kanal und drückt auch mal auf, gefällt mir. Geocatching Koerni DD macht ganz gute Videos.